Mein Name ist Stefan Guinness und ich bin seit gut acht Jahren bei der Firma Holzherr als Entwicklungsingenieur tätig. Gleich nach der HDR habe ich bei der Firma Holzherr zum Arbeiten begonnen. Aufgrund der Unterstützung der Firma Holzherr habe ich ein berufsbegleitendes Studium durchführen können. Man muss sich vorstellen, man entwickelt technisch komplexe Komponente beziehungsweise Systeme, die dann weltweit zum Einsatz kommen. Also jeden Tag eine neue Challenge. Für mich ist es ein erfüllendes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe eine zeitgerechte Technologie auf den Markt gebracht, die weltweit erfolgreich ist. Du fühlst dich angesprochen, dann bewirb dich jetzt.